Es wäre denkbar, dass die Ratte im Wettlauf der Evolution den Menschen irgendwann überholt, um in jener fernen Zukunft zum intelligentesten Organismus auf diesem Planeten zu werden. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung. BR 2018 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 Im Technikraum fand man später das angefressene Stromkabel und die Überreste einer Wanderratte.